Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Runde Draft Journey mit eurem Creon Graubut und... Keiner... äh... Keiner lustig. Äh, nee, das wollen wir nicht. Aber wir gehen mal hier bei unserem komischen kleinen Freund vorbei. Ja, wir nehmen das mal, ne? Das ist ein schnelles Ding. Langsam. Sportsman! Ja, und dann gehen wir jetzt mal da rein in den Laden. Und verprügeln die mal. Dritte Folge und übelst die Schwerte. Oh. Oh, ja, okay. Fail. Sehe ich ein. War mein Fehler. Und weiter, 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 weiter. Mal genommen. Oh, komm her. Du bleibst nicht hier. Du kommst schön mit. Die ganzen Achievements schauen wir uns später mal an. Mhm. Mhm, 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 mhm. Also, super. Wie... Ach, ja, super. Für Rüstung natürlich, das hat übelst geholfen. Das wäre ein Steinewerfer. Komm, 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 schmeiß deinen doofen Stein. Mhm. Dora, der Explorer hier, ne? Mhm. Oh, ist das kleine Zubat-Monster. Oh, das ist das kleine Zubat-Monster. Oh ja. Das hat übelst was von Clonkey, ne? Oder Clondike. Hin auf dem. Okay. What, you've been skill-relogging just now? und tot und rein das ist aber auch geil ein bisschen glück mit gut dass das ja auch wieder eine sackgasse diese gute waffe ein rumspacken ja das war dumm ich weiß jetzt mal die steine oder was alles klar und da gehen wir später hin können zusammenziehen alles klauen ja alles mitnehmen leben leben wenn ihr das wenn ihr übel zunge auf knobibrot habt und sogar knobibrot da hat auch alle vielleicht gleich mal ein geiles knobibrot machen der da mit der axt mit der picke grindet das spiel einfach nur mit drei tastenspiele voll gut dieses zeitgaller games von damals na übelst cool ist doch nur 200 mb groß oder so jetzt falle ich hier irgendwo rein und sterbe das gras ist einfach so geil gemacht hat sich gelohnt dafür zurückzulaufen blut ist gut über diese geile rolle macht hinten das haar so wackelt richtig fancy es ist ein bisschen alles überzeichnet sondern aber es hat den flern also ich würde es immer wieder spielen das ist auch schon in der dritten folge oder so diesmal hauen wir ihn weg in meiner hau prozentual im wesentlich mehr der menschen die geile haut wenn dem gegner die ideen ausgehen erstmal übelst level 15 werden oder so dass wir halt ja gut wegkommen er ist halt ein graniers und gleich spiel bzw wichtig sind stil ich gehe mal an die shopseite action book like platformer einfach aber ja du fetter rollmob es geworfen hat jetzt richtig an den tragen hier kann ich nichts machen weil das wäre ja schlau mitzunehmen ist hier sonst irgendwas schade was versteckt ist alles geht weiter der nächste ebner naja aus wie ein komischer salamander kann der spuren alles klar man egal ich komme immer wieder die andere eben hat mir besser gefallen egal wir sind auch härter wird 30 ok so jetzt nehmen wir wirklichkeit nur das ist eigentlich cooler x x bau und einfach mal alles gibt ein achievement für ach wir von lang wieder von vorne an aha was ja fancy ich jetzt so nicht erwartet aber gut warum nicht blutes lud waren wir jetzt schon mal im next level ja das war dumm ja hallo und ronda und weiterlaufen wenn alles zusammenziehen so wie immer so und jetzt online ja mit euren doben stein und weiter 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 laufen 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 eine zeit verschenken und Oh. Und dahin. Ist geil, dass das so hochstackt. Okay. Und rein. Das game ist auch schon ziemlich geil. Soll ich hier sinnlos durch die Gegend hacken. Aber eigentlich passiert es doch. Komm her. Ein komischer Vogel da. Okay. Okay. Die auch nicht so knallen. Kommt ihr komischen Vogel. Okay. Und noch mehr Loot für uns. Okay. 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 Mal mans Here. Hier. Oder? Okay. Ich komm her. Komm. So gehaft dass ich na lebendkriegeİr. aber naja dp ist auch okay wahrscheinlich gleich noch 22 na komm ich wollte nur kurz mal gucken ach könig der goblins ok dicker jetzt haue ich dich was ein limmel oh leben gehen wir einfach mal nach oben ja ok dann müssen wir darüber gehen ja 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 geil kommen wir eigentlich ganz gut durch hier ja 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 Okay. Mist. Egal. So. Das boostet den Schaden hoch und das das Leben und los. Aber das war's für die runde wir sehen uns in der nächsten und das war georngraubut mit draft journey geiles spiel